Die DSV-Stars Felix Neureuther und Stefan Luiz sowie Marie Heinrich, Luise Kummer und Annika Knoll bekommen jetzt fünf Begriffe aus dem Handwerkeschwortschatz, die alle das Gleiche benennen. Sie müssen raten, welches Werkzeug damit gemeint ist. Und hier die Begriffe. Kollege Lehmann. Kollege Lehmann. Was ist Kollege Lehmann? Ist das der Kahn? Nein, das war nicht der oliver Kahn. Kollege Lehmann. Sind wir noch beim Werkzeug? Ich glaube schon. Kollege Lehmann. So ein Helm kann noch sein. Kriegt man noch einen Tipp? Na klar. Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Und das ist das Gleiche wie... Kollege Lehmann. Ach, Lehmann. Ich bin total ratlos. Es gibt eine Mutter, da das Gegenstück von der Schraube. Das ist die Schwiegermutter. Ah, die heißt... Ja, Mutter, ja, aber dann... Vielleicht die Schwiegermutter ist dann die Schraube. Schwiegermutter, irgendwas Lautes, Störendes, vielleicht. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Na klar. Werkskapelle. Kollege Lehmann, Schwiegermutter, Werkskapelle. Werkskapelle, ich kann gar nichts damit anfangen. Jakob. Jakobsweg. Hm? Bello. Bello. Ah, schön. Ciao, Bello. Bello, Italien. Schöner Mann. Ja, sag ich doch, was lautes ist. Vielleicht ist doch die Glocke. Bello. Der Hammer. Echt jetzt? Korrekt. Okay. Schwiegermutter. Der Vorschlaghammer ist der Kollege Lehmann. Jep. Ja, aber wieso die Schwiegermutter? Weil man mit der die Schwiegermutter schlauen kann. Die Schwiegermutter kannst du ja nicht drüberzählen. Ja. Rätseln gelöst, die Schwiegermutter. Tschüss. Na, hätten Sie es gewusst? Holen Sie sich das Wörterbuch Handwerke Stolz. Jetzt in Ihrer Wirtniederlassung oder auf wirt.de. Wirtniederlassung oder Stolz